Nein! Geh weg! So! Nächster! Du stirbst jetzt! Ein höchst aufregender Kampf. Aber kaum was brauchbares dabei. Schlechter. Schlechter. Da oben, ey. Da blinkt das. Da müssen wir hin. Und ich lebe noch. Was haben wir denn hier überhaupt dabei? Okay. Uhhh. Ahhhh. Unsinn. Ohne Konzentration. Hier kann ich nicht viel reden, weil... Ah, das sind's. So erfreulich, das Original. Der haut sich. Verdoppelt. Und jetzt können wir da hinten... Ohneee. Jetzt sterben wir wieder. Ich seh's kommen. Jetzt müssen wir da draus. Komm, 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 komm. Komm halt raus hier. Da kämpft er. Da kämpft er lieber noch 10 mal hin. Nein! Die Scheiße! Raus aus der Pampe! Also der Master ist gestorben. Den haben wir schon. Also können wir die im Schutzmaar schon mal nicht mehr bauen. Sind wir die schon mal los? Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Ich brauche mehr Mana. Wahnsinn. Schau, jetzt müssen wir da eben drauf. Ich laufe einfach durch, weil wir müssen ja weiter. Ich will ja weiterkommen. Oh, Entschuldigung. Entschuldigung, jetzt bin ich ans Microphone gekommen. So, jetzt müssen wir hier hoch. Unbesser. 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 Weiter. Wett weg. Der schießt da und zwar anders hin, wo wir hinziele. Okay. Nicht da reinlaufen, im weiten Weg hinschießen. Die Hunde haben wir noch, alle drei. Die Truhe ist jetzt wieder gefährlich, wie immer. Fliege. So, weiter geht's. Nee, nicht mehr durch. Geh da raus aus der Klinienpampe. Wie oft muss ich sie noch saugen? Ach nee, nicht schon wieder. Und die Scheißdreckslaser auch noch. Ach nee. Und Ketten haben sie auch noch. Und vor vier, mehr Wochen tun sie sich auch noch. Oh. Weg, 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 weg. Scheißdreckslaser, scheißdreckslaser. Geh da raus. Geh da raus. Nein, kommt der Tricks beim Augen. Ach nee. Und der Laser. Und das. Ach. Und diesen Krawl. Ach, ich werd nicht mehr. noch kurz mit meiner Scheißrüstung. Geh da raus. Geh da raus. Nicht da rein laufen, sondern da rein schießen. Ich bin verletzt. Nicht lange. Echt. Ah, was für ein Kampf. Unser... Unser Dicker ist gestorben. Was haben wir denn jetzt bekommen? Ist jetzt was dabei? Eine Hose. Sehr gut. Sehr gut. Und? Die Hose ist gut. Intelligenz. Aber Widerstände haben wir nicht drauf. Brandbombe. Erhöht Brandbombe. Haben wir ja nicht. Ach, hier. Gut. Dann nehmen wir's. Schrauben. 48. 50. Jetzt können wir die Sache schon ein bisschen besser nehmen. Also. Aber kein legendäres Teil bisher. Und da hab ich da was übersehen. Ich bin geheilt. Voll rein. Voll rein. Ja, warum mit seinen Scheißkiff blasen? Das ist. Ja. Da haben wir's. Macht. Das ist gut. Ja. W�, ist das jetzt? Mhm. Habt ihr ja, was das? schon wieder elite das gibt es doch nicht wie viele eliten kommen dann okay danke fürs raufziehen jetzt wenigstens platz größer jetzt musste ich schnell weg tun weil ich gedacht habe es hat gekalopfelt die scheiß mauer ich hausse die mauer die mauer muss weg bin ich jetzt eingefroren 6 6 ja 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 Was zieht denn mich denn noch so drücken? Ja scheiß, warum weg damit? Oh, geh fest raus. Die Moten scheiße. Schnell haut's den drunter. Ach nee. Überlasten. Überlasten auch noch. Nein, 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 nein. Ein harter Kampf. Ich merke das selber. Wie hart die Gegner sind hier. Ach, wo schießt denn ich mir hin, ey? Wenn ich die Motte angeklicke, dann muss er doch da mitgehen. Oh nee, der macht das nicht. So. Pass mal auf, wie macht man das jetzt? Hier das kleine Teil und dann nehmen wir die Handschuhe. Vielleicht sind die besser? Die sind auch besser. 1024. Kälte Widerstand. Machen auf alle Fälle etwas her. 50. Und wieder was dazu. Was war denn das? Ach nee. Weltmorde, was sind das für eine? Die habe ich ja noch nie gesehen. Sind es noch mehr von denen? Oder ist es die einzige? Ist es so... Ah, 3 Lücke oder wie? Schnell. wir müssen schnell zurück noch ein neues verkaufen weil die tauschen werden immer voller haben wir einfach raus hier so in die ruhe geben natürlich unsere steinchen was haben wir denn für stufe überhaupt immer etwas gebrauchen 40 stufe wird 63 zwei und wir brauchen so viel zu uns um ein bisschen die rüstung zu bekommen immer schnell da noch her büchlein gucken kein büchlein hat mir die eps voll bekommen für stufe 64 die haben wir jetzt gleich freunde interessieren sich nicht weiter für die kassler nur für die kopfprämie die auf sie ausgesetzt ist aber ich bin sicher dass die kopfprämie die auf sie ausgesetzt ist dass man mit ihnen kommunizieren kann es ist zweifellos gefährlich aber dieses risiko gehe ich gerne ein und jetzt haben wir noch nichts bekommen die weg die scheißschild nicht so wie der rarerlitter was da rarerlitter rumlaufen das ist nicht mehr normal ich glaube in den ganzen ww noch nicht gesehen wie hier da jetzt dieser einen das kommt dann auch scheiß beim auch ich bin